Ja, aus dem Pkw-Bereich kennen wir das ja, ne? Ob du ein VW Golf kaufst oder ein Seat Leon, Audi A3, Skoda Octavia oder eben aus dem Stellantis-Konzern, irgendwelche Fahrzeuge, wir wissen ja, das sieht von außen immer alles anders aus, da ist ein anderes Logo drauf, aber unter der Haube ganz viele Gleichteile, alles sehr, sehr ähnlich, ja, aber eben für jeden Geldbeutel was dabei. Wie ist das aber jetzt eigentlich im Wohnmobilmarkt? Ich sage euch eins, es gibt 70 Marken und 7 Konzerne. Die schauen wir uns heute mal genauer an. Wer eigentlich mit wem und wieso und weshalb und warum das eigentlich alles wirklich Sinn macht, oder nicht? Ja, und ich würde sagen, die gucken wir uns jetzt mal ganz genau an und anfangen tun wir mit dem größten, vielleicht dem Volkswagen in der Wohnmobilbranche und das ist die Erwin Hümer Group. Ich schreibe das mal so ein bisschen mit, dann kann ich das hinterher auch einblenden, was hier so passiert. Also Hümer, die Erwin Hümer Group hat eine ganze Menge verschiedener Marken und nein, es ist entgegen der, also ich habe ja am Anfang gedacht, so Hümer ist wahrscheinlich der, die haben die allermeisten Marken von allen. Stimmt gar nicht, da kommen wir nachher drauf. Wer ist dabei bei der Hümer Group? Das ist natürlich zum einen erst mal Hümer selber. Ja, wer hätte es gedacht. Dann, was zu Hümer auch dazu gehört, wusste ich gar nicht, zum Beispiel ist Crosscamp. Kennt ihr die Crosscamper? Die gibt es bei Opel und Toyota, glaube ich. Crosscamp ist so VW-Bus-Ersatz, hätte ich jetzt fast gesagt. Crosscamp ist dabei. Dann einer, den wir auch alle kennen, der Bürstner. Bürstner ist ebenfalls eine Hümer Tochter und jetzt wird spannend, die beiden Marken Carado und Sunlight. Und Carado und Sunlight, ich schreibe die extra mal nebeneinander, weil bei Carado und Sunlight ist es so, beide sind Hümer Töchter, beide gehen quasi Hand in Hand, aber auf einen unterschiedlichen Markt. Die Produkte sind absolut identisch, die Fahrzeuge sind gleich, die Grundrisse sind gleich, die Zielgruppe ist anders und beide haben einen anderen Marktauftritt. Finde ich auch sehr, sehr spannend. Und ihr merkt jetzt schon, es geht nämlich noch weiter. Jetzt gehen wir mal weiter mit Etrusco zum Beispiel. Etrusco ist auch Hümer Marke. Und Etrusco ist so ein bisschen die Hümer Marke, ich hätte jetzt fast gesagt, der Seat bei VW wäre so Etrusco vielleicht, so ein bisschen der wilde Italiener gewissermaßen. Weiter geht's mit Globe Car. Globe Car und Leica. Leica hätte ich jetzt zum Beispiel überhaupt gar nicht in diesem Zusammenhang gesehen, so weit vorne, weil ich immer der Meinung war, Leica wäre irgendwie komplett eigenständig. Die Autos sehen so anders aus. Das muss ja auch nicht immer so sein. Die Autos kommen auch nicht alle aus der gleichen Fabrik oder so. Das ist jetzt vielleicht so ein bisschen der Druckschluss, das ist bei Volkswagen aber auch nicht so. Also Seat hat eigene Fabriken, Skoda fertigt in der Tschechischen Republik, also es ist komplett unterschiedlich. Kommt nicht alles aus der Halle 54 in Wolfsburg. Aber machen wir mal weiter. LMC zum Beispiel ist, wusste ich auch nicht, Teil der Hümer Group. Ich hätte jetzt fast gedacht zwischenzeitlich, dass LMC auch ein anderer ist. Vielleicht sind die aber auch relativ neu dabei. Dann kommt jetzt hier quasi der Bugatti aus dem Volkswagen-Konzern. Niesmann und Bischof gehört zur Erwin-Hümer Group. Jetzt muss ich gucken, dass ich die richtig schreibe. Niesmann und Bischof. Ich kürze das mal ab. Dann gibt es Orange Camp. So, Orange Camp, kann das irgendwer lesen? Nee. Genau, dann sind wir auch schon wieder bei Sunlight. So, und jetzt habt ihr wahrscheinlich schon festgestellt, komisch, viele von den Marken hat ja mein Händler auch. Hm, und jetzt haben wir so ein bisschen den Grund. Das heißt, wenn du, nee, andersrum, wenn du bei deinem Händler bist und du läufst zwischen diesen Marken rum und entscheidest dich quasi, Mensch, nehme ich einen Hümer oder vielleicht doch einen Bürstner, nehme ich einen Carado oder einen Sunlight, einen Etrusco vielleicht doch nochmal angucken und wie sind eigentlich die Fahrzeuge von LMC, dann hast du das Gefühl, so richtig Auswahl zu haben. Und wenn du es dir mal genau überlegst, dem Händler ist es fast egal, was du kaufst. Wie kommt denn das? Das liegt ganz einfach daran, dass es dem Händler auch wirklich egal ist wahrscheinlich. Natürlich sind die Margen unterschiedlich. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Produkte von Etrusco wahrscheinlich weniger Marge für den Händler haben als jetzt ein Hümer-Produkt zum Beispiel. Mutmaßung, muss nicht so sein, aber in der Regel wird es wahrscheinlich so sein. Oder dass die Produkte von Sunlight und Carado, die sind wahrscheinlich gleich eingepreist. Und natürlich ist es so, je nach Marketingstrategie, der ein oder andere von diesen Herstellern, der hat vielleicht gerade mal eine Aktion laufen und dann hat der Verkäufer natürlich ein Interesse daran, dieses Produkt zu verkaufen. Aber in der Regel gibt es dir erstmal nur das Gefühl, wahnsinnig viel Auswahl zu haben. Das heißt, du läufst da über den Campus und gefühlt sind da, wie viele sind es eigentlich? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Marken auf dem Hof. Zehn völlig unterschiedliche Marken, ganz anders positioniert für ganz andere Leute. Aber eigentlich kaufst du beim Gleichen ein. So, und das ist der gleiche Effekt, den du eben hast, wenn du zwischen diesen Autohäusern rumläufst. Also VW, Audi, Seat, Skoda und wie sie alle heißen. So, das war die Erwin Hümer Group. Ich denke, bei der Erwin Hümer Group, da waren jetzt noch die wenigsten wirklichen Überraschungen mit dabei. Aber wir gehen mal weiter. Weiter geht's zur Knaus Tabat Gruppe. Ja, schauen wir uns die Knaus Tabat Gruppe mal an. Da ist nämlich ein ganz lustiger dabei. Von vielen weiß man es ja. Also es ist natürlich dabei die Firma Knaus. Wer hätte es erwartet? Dann ist Tab mit dabei. Das schreibt man mit so einem Ad-Zeichen. Da merkst du schon, da adressiert man die junge Zielgruppe offensichtlich mit dem Produkt. Ist ein reines Wohnwagenprodukt. Dann ist da Tabat. Tabat dabei. Tabat auch reiner Wohnwagenanbieter. Und dann kommt auch schon Weinsberg. So, und die kennt man eigentlich schon. Man merkt das auch, dass die auf Messen immer zusammen auftreten. Also jetzt auf der CMT zum Beispiel war es eine große Halle. Da war die Knaus Tabat Gruppe drin. Mit den unterschiedlichen Marken. Und auch die machen natürlich unterschiedliche Markenwelten. Aber jetzt kommt einer, der zur Knaus Tabat Group noch dazugehört. Mit dem ihr wahrscheinlich nicht gerechnet habt. Und das ist Morello. Bei Morello. Und jetzt sehe ich schon die Weinsberg-Pepper-Fahrer stolz durch die Gegend fahren. Ich meine, Pepper ist ein kleiner Morello. Ja, vielleicht ist das ein bisschen so. Aber unterm Strich ist es eben so, das ist halt einfach so eine Konzerngeschichte. Die gehören halt eben auch mit zum Konzern. Die Gruppe war relativ klein. Und wenn wir schon bei den kleinen Gruppen sind, dann nehmen wir jetzt als nächstes Mal Hobby mit dazu. Ja, und bei Hobby ist es wirklich einfach. Ich schreibe die hier einfach drunter. Weil, ähm, huch, da haben wir uns gleich verschrieben. Das geht natürlich nicht. So, Hobby. Bei Hobby ist es wirklich einfach. Dazu gehört nämlich die Firmen Hobby und eine weitere, das ist Fendt für die Wohnwagen. Das war jetzt, glaube ich, keine so große Überraschung, oder? Spannender wird es jetzt. Wir kommen uns nämlich um einen aus der Kastenwagenwelt. Schauen wir uns die Pössl-Gruppe mal an, was da so an Marken alles dabei ist. So, und bei Pössl, da wird es wieder ein bisschen spannender. Weil bei Pössl ist natürlich dabei, ähm, Pössl selber. So, und jetzt muss man über Pössl ein bisschen was wissen noch. Ähm, man munkelt, man kulputiert. Ich weiß es selber nicht genau. Aber man sagt, dass Pössl keine eigenen Fabriken hat, sondern Auftragsfertigungen ausschließlich macht. Und jetzt wird es nämlich lustig, weil die Marken, die zur Pössl-Gruppe dazu gehören, die sind alle ganz schön ähnlich dem Pössl-Original gewissermaßen. Wir wissen ja, Pössl ist der Kastenwagen-Gott, hätte ich jetzt fast gesagt. So, und da gibt es dann weitere Marken, die in das gleiche Segment reinschießen und auch da wieder unterschiedliche Zielgruppen treffen. Also, auch zu Pössl dazugehören die Marken Globe, falsch geschrieben, Globe Car. Da gehört dazu Road Car. Clever Vans. Und wenn man sich die jetzt schon mal anschaut, das sind vier Marken rein fürs Kastenwagen-Segment. Die schießen alle auf die Leute, die einen Ducato, Citroën, was auch immer, Kastenwagen kaufen wollen. Und im Prinzip hast auch du da wieder, wenn du bei deinem Händler bist, den Eindruck, Mensch, da habe ich ja Auswahl hier. Vier verschiedene Marken. Pössl, Globe Car, Road Car, Clever Vans. Da kannst du halt ein bisschen gucken, welcher ist der günstigste, welcher Grundriss gefällt mir am besten. Und die machen es genauso. Die schießen halt auf unterschiedliche Zielgruppen. Ich behaupte jetzt mal, ohne mich damit auszukennen, Pössl ist vielleicht eher so der Gediegene von denen. Weil in der Regel natürlich die Lead-Marke, also die Führungsmarke, wie auch immer, die hochwertigste Marke ist. Bei Hümer ist es ja fast auch ein bisschen so, da ist Hümer die hochwertigste Marke. Aber die haben halt noch den Edelmann Niesmann und Bischof mit am Start. Hier bei Pössl gibt es eben mit Clever und Road Car und Globe Car gibt es eigentlich drei, die so ein bisschen ein günstigeres Segment schießen. Aber wenn du die Fahrzeuge anschaust, dann haben die eben auch eine leicht andere Zielgruppe. Finde ich sehr, sehr spannend. So, und was Pössl dann noch gemacht hat, die haben vier weitere Marken gegründet. Was aus Marketing, Markensicht jetzt so ein bisschen fraglich ist, aber vier weitere Marken gegründet. Und zwar um auf dieses, ich hätte jetzt fast gesagt, VW-Bus-Segment zu schießen. Und zwar gibt es da die Marken, ich mache hier mal so einen Strich drunter, Campstar, Vanstar und dann das alles nochmal auf Mercedes, nämlich Campstar und Vanstar. Da kann das irgendjemand lesen, ich hätte Arzt werden sollen. Und Vanstar. Da ist wahrscheinlich etwas falsch. Und das ist auch wieder ganz spannend. Da haben sie vier verschiedene Marken gegründet, ist aber eigentlich klar, weil da geht es ja, also ehrlich gesagt, ich habe es nicht ganz verstanden, warum man das gemacht hat. Campstar wäre jetzt eine schöne Marke gewesen. Der Vanstar ist der Campstar ohne Küche. Bei der Mercedes-Variante ist es genauso, da ist der Vanstar der Campstar ohne Küche und Star halt, weil ein Stern vorne dran ist. Ja, kann man machen, ist aus meiner Sicht so ein bisschen Moody's Küchenmarketing, aber gut, kann man so machen. Ist aus Marketing-Sicht immer sehr schwierig, so viele verschiedene Marken auf einem Level zu halten. Das ist eine Herausforderung, scheint ihnen aber zu glücken, in einem Markt wie diesem, der nicht genug Fahrzeuge kriegt und viele, viele Kunden hat. Das ist ja relativ egal. So, und jetzt, meine sehr verehrten Damen und Herren, kommen wir zur Group Trigano. Und die Group Trigano, das ist mal aus meiner Sicht die echte Überraschung, weil ich damit gar nicht gerechnet habe. Die Group Trigano ist jetzt in diesem Konglomerat, verglichen mit PKWs, so ein bisschen der Stellantis-Gruppe. So, und diese Group Trigano, dazu gehören Marken, ich schreibe jetzt mal der Einfachheit halber, weil es einfach so unglaublich viele sind, nur die, auf die ich schon mal irgendwo gesehen habe. Aber ich lese sie alle vor. Dazu gehören die Marken Arca, Autostar, dann Benima, seit 2020 wieder in Deutschland verfügbar, Caravellar, habe ich vorher noch nie gehört. Dann gibt es da drin eine Challenger zum Beispiel, Challenger, und nach Challenger kommt auch Chanson. Dann einer, von dem wir uns immer gefragt haben, wo er eigentlich hingehört, Euramobil, auch Teil der Group Trigano. Dann kommt Forster, Karmann, Rollerteam, und jetzt, wer jetzt auf den Messen war, zum Beispiel auf der CMT oder so, da fällt jetzt schon auf, Mensch, das ist ja komisch, die stehen immer nebeneinander. Na klar, kriegst einen Stand günstiger. Dann kommt eine Marke, die mir neulich erst aufgefallen ist, bei einem kleinen Händler hier, Autosleeper. Dann gibt es Stärkemann, das sind Wohnwagen, Dreams, Elnac, Joint, McLouis, habe ich schon mal gesehen, hier schreibe ich auch nochmal auf, McLouis. Dann kommt Miller, Mobilwetter, Mobilwetter, Notin Orion und dann PLA mit, das scheint ein Unterkonzern zu sein, mit Plasi, der Gioti Line und Terry. Gioti Line habe ich jetzt auch schon mal gesehen. So, und wie gesagt, die gehören auch alle wieder zusammen. Und es geht noch viel, viel weiter, weil, jetzt wird es nämlich richtig lustig, jetzt kommt darunter die Adria Gruppe. Auch die gehören zur Gruppe Trigano. Also, Adria. Ich war ja bisher der Meinung, die Adria Gruppe sei eine eigene Gruppe, aber nein, die hängen auch an der Gruppe Trigano dran. Natürlich ist das, wie gesagt, das muss man immer dazu sagen, natürlich ist es so, das ist nicht alles eine Firma, sondern es sind halt verschiedene Untermarken. Das macht eben einfach für den Hersteller oder für die Hersteller oder den Konzern einfach immer unglaublich viel Sinn, gemeinsam zu agieren, gemeinsam einzukaufen von Messeständen, Marketingressourcen, Influencern, Produkte-Einkauf, Chassis-Einkauf, wenn du da auftrittst als Gruppe Trigano und sagst dir, ich möchte mal kurz 14.900 Ducatos haben, dann ist das vielleicht die bessere Aussage, als wenn du da ankommst, als keine Ahnung, K-Mann und sagst, ich hätte gern 50. Gucken wir uns Adria an. Die Adria Gruppe hat natürlich zum einen in die Firma Adria selber, wer hätte es gedacht, aber darunter gibt es dann die Marke Sun Living. In einem Sun Living Fahrzeug sitzen wir gerade drin übrigens und da gibt es Sun Roller. Wie gesagt, die gehören wieder zur Adria Gruppe dazu und die Adria Gruppe ist Teil der Gruppe Trigano. Schauen wir mal weiter, dann gibt es nämlich noch eine Gruppe, die dabei ist, die da auch eingegliedert wurde, gewissermaßen, und das ist die Rimor Gruppe. Die habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Rimor hat eine eigene Marke, die heißt Rimor, oh Wunder. Und darunter gibt es Blue Camp und XGO. Na, seid auch noch dabei? Das alles ist hier Gruppe Trigano. Da sind mal richtig große dabei. Und das finde ich wirklich spannend. Das heißt, hier Adria, Sun Roller, Sun Living, die so eigenartige Marken, hätte ich jetzt fast gesagt, Mobilwetter, McLewis, Karmann, Forster, Euromobil, Chanson, Challenger. Ich hätte jetzt fast gesagt, also eine Suppe, ne? Sollen wir weiter gucken? Oder wollen wir erstmal drüber nachdenken, warum das eigentlich so ist? Wir machen weiter. So, hier heißt es wieder Platz schaffen für die Group-Pilote in dem Fall. Und in der Group-Pilote sind dabei einmal Pilote selber natürlich. Dann kommt Bavaria. Bavaria. Ich komme ja aus Bayern. Also, nee, ich komme aus Niedersachsen, aber ich wohne in Bayern. Frankia, Teil der Pilotagruppe. Und kein so kleiner Teil, ne? Dann ist hier Le Voyageur, weiß ich nicht, MoVeo. Die habe ich nochmal gesehen. MoVeo. Ja, das ist die Pilote-Gruppe. Und so ähnlich wie die Pilote-Gruppe auch so vom Auffahrer, von der Größe her, ist die Rapido-Gruppe. Pilote und Rapido klingt ja auch irgendwie niedlich, ne? Gucken wir uns die jetzt auch nochmal schnell an. So, und Rapido, da geht es auch wieder relativ schnell. Dabei sind nämlich Rapido selber. Dann Comperöf, Dreamer. Dreamer. Esterel, Floret, Itineo, Itineo, Itineo? Itineo, guck mal an. Und, Achtung, Westphalia. Westphalia, also Teil der Rapido-Gruppe. Auch spannend, ne? Die Discounter-Marken unter den Wohnmobilen. So, und was sind jetzt Discounter-Marken? Discounter-Marken kommen immer dann, wenn große Händler, also ihr kennt das von Aldi, Lidl, Penny und wie sie alle heißen, da gibt es immer weiße Ware bei denen im Regal. So, und diese weiße Ware, die macht man ja, also kennt man, glaube ich, die Jahrprodukte, gut und billig und wie sie alle heißen. Betriebswirtschaftlich machen diese Produkte Sinn für alle Seiten. Einmal ist das Produkt günstiger, das heißt, du kriegst ein billiges Produkt, in der Regel hat es aber die gleiche Qualität und meistens kommt es auch aus der gleichen Fabrik, ähnlichen Fabrik oder wird genau so oder ähnlich hergestellt wie das Original, aber es ist eben nicht das Original. In der Regel schmecken die Produkte ein bisschen anders, das liegt aber nicht daran, dass die Qualität schlechter ist, sondern dass einfach anders gewürzt wird. Wer mal eine Chipsfabrik besucht oder besichtigt hat, ich hatte mal einen Kunden, eine Chipsfabrik und bei denen konntest du halt wirklich sehen, da lief das, auf der einen Band liefen die Chips, Marke darf ich nicht nennen, in die rote Tüte und auf der anderen Seite liefen die in die weiße Tüte und der Unterschied war, am Ende der Fertigung wirklich nur das Gewürz, was drauf kam und auf Nachfrage wurde dann auch gesagt, das Gewürz ist auch das Gleiche, es ist nur beim einen mehr und beim anderen weniger. So, jetzt könnte man sich die Frage stellen, wieso macht so ein Hersteller das eigentlich, der macht sich doch die Preise kaputt, nö, macht er nicht. Das funktioniert so, dass der Hersteller halt sagt, dadurch, dass er halt diese No-Name-Produkte herstellen kann, kann er seine Bänder halt höher auslasten, das heißt, er kann größere Stückzahlen machen, kann vielleicht einfach eine zusätzliche Schicht einlegen und er kommt zu einem höheren Auslastungsgrad der Maschinen und unterm Strich wird dann sogar das Markenprodukt auch günstiger, das heißt, durch die höhere Auslastung, Skalierungseffekte, ist das dann hinterher auch günstiger. Und das ist eigentlich genau das Gleiche bei den Discounter-Marken, die wir im Wohnmobil-Segment finden. Da gibt es nämlich zum Beispiel eine, und da sitzen wir jetzt wieder drin, in einem Sun Living, das gar kein Sun Living ist. Der Sun Living, in dem wir hier sitzen, der A75SL, da fällt mir ein, ich muss von innen unbedingt noch eine Rumtour machen, ne, habt ihr noch gar nicht gesehen. Ihr seht immer nur unscharf dahin. Dieser Sun Living hier wurde mir verkauft als Glücksmobil und nicht als Sun Living. Genau, und dieses Glücksmobil ist quasi sowas wie eine Discounter-Marke. Passiert dann, wenn ein sehr großer Händler sagt, ich brauche hier Fahrzeuge und die sollen, und das ist halt auch das Schöne dabei, nicht vergleichbar sein. So, das ist wieder im Interesse des Herstellers auch. Das heißt, wenn Sun Living jetzt sagt, das Auto kostet, in der Tüte gesprochen, 75.000 Euro und der Onkel vom Freistaat sagt, bei uns kostet das Glücksmobil aber nur 65.000 Euro, dann ist das natürlich im Sinne des Herstellers, Sun Living, Adria-Gruppe, war vorhin so, das Produkt zu dem günstigeren Preis eben nicht so zu nennen, wie das Original. So ähnlich macht es auch Media Markt und Co. Da ist euch vielleicht schon mal aufgefallen, wenn ihr da Waschmaschinen anschaut oder sowas, dann ist es meistens so, dass es einen ganz bestimmten Waschmaschinen-Typ, der da gerade im Angebot gibt, den gibt es nur bei Media Markt und Saturn und sonst nirgends. Komisch, warum machen die das nur? Ja, das Gerät gibt es baugleich natürlich nochmal, hat dann aber eine andere Nummer und einen anderen Namen. Da geht es einfach nur darum, dass die Vergleichbarkeit der Preise nicht gegeben ist. Und das ist hier eben genauso. Also, da ist es wohl so, das ist jetzt, das ist etwas, da spricht man nicht so gerne drüber, aber ich sage jetzt mal hier so ein paar Namen, da ist offensichtlich, nee, ich sage lieber keine Namen. Also, es gibt ein paar Händler und Hersteller, die haben halt Produkte unter Eigenname. Warum ich das nicht mache, könnt ihr euch denken, da kriegst du dann Post von so Leuten, die Jura studiert haben. Wie gesagt, da gibt es, könnt ihr im Internet mal suchen, Wohnmobil, Discounter-Marken, findet ihr das schon. Ja, Punkt. So, also, gibt es so Marken, wo dann die großen, vor allem die großen Händler oder Händlernetzwerke, die sind das, die haben halt ein Eigenprodukt oder ein Eigenprodukt am Markt, das du sonst eben nirgends kriegst. Das muss auch gar nicht schlecht sein. Wie gesagt, ich habe selber auch so ein Glücksmobil, Schrägstrich Sunliving-Fahrzeug gekauft, weil ich halt einfach der Meinung bin, Preis-Leistungs-Verhältnis war, ist super und deshalb habe ich dieses Ding gekauft. So, jetzt gibt es aber noch mehr Händler. Ihr werdet festgestellt haben, also erstmal ist es natürlich so, dass ich hier nicht alle habe, sondern ich habe nur die jetzt mal so mitgenommen, die ich gefunden habe, auf die Schnelle in Anführung. Aber trotzdem gibt es noch ein paar, die sind konzernfrei. Die haben überhaupt gar keinen Konzerndeckel oben drüber und die gucken wir uns jetzt auch noch an. Konzernfrei, das klingt irgendwie so nach Autonomie. Da sind ein paar dabei, die echt spannend sind und da geht es gleich mit einem los. Das B-Mobil. Ganz normales, ich meine sogar eigentümergeführtes Unternehmen, oder? Kartago. Und bei Kartago habe ich immer gedacht, weil die auch aus der Ecke da bald Waldsee, Bad Waldsee und so kommen, da habe ich immer gedacht, die gehören zur Erwin Hümer Group. Ist gar nicht so. Die sind hier quasi alleine, allein, allein. Lastrada ist noch mit dabei, auch vollkommen ohne Konzernhintergrund. Phoenix. Oh, die mag ich, das muss ich zugeben. Robel. VarioMobil. VarioMobil. Wingcam habe ich jetzt wenig mit zu tun gehabt und dann stehen da noch Wochner und Wölke. So, und auch das ist natürlich wieder nur eine kleine Auswahl von denen. Es gibt selbstverständlich ganz, ganz viele Hersteller und Firmen, die eben konzernfrei sind und sich nicht in diesen ganzen Konzernwahnsinn mit reinziehen lassen. Wie gesagt, das hat ja alles immer Vor- und Nachteile. Warum die das tun, ist eigentlich relativ logisch und total offensichtlich. Man macht das natürlich, damit man quasi, also jetzt mal, nee, andersrum. Wir fangen mal andersrum an. Es gibt ja zwei Sorten von diesen Vereinigungen. Es gibt die, die gewachsen sind im Sinne von die Firma wächst und man kauft halt andere Unternehmen hinzu. Vielleicht ging es dem anderen Unternehmen nicht so gut und oder wie auch immer und die kommen dann halt in einen großen Konzern mit rein. Das heißt, die Marke bleibt auf dem Marktplatz verfügbar. Ist also nach wie vor, gibt es die Produkte zu kaufen. Aber die sind jetzt dann finanziell, Verwaltungs- und Management-mäßig unter dem Dach einer großen Holding. So was gibt es natürlich. So ist ja unterm Strich dann auch irgendwann mal Volkswagen, die Volkswagen-Gruppe entstanden. Da sind ja auch viele Marken dabei, die man unter Umständen gar nicht so richtig zuordnen kann. Dass Porsche zum Volkswagen-Konzern gehört, das wissen die meisten noch. Aber Bugatti, Lamborghini, das ist Volkswagen-Konzern. Wie gesagt, das hat nicht immer irgendwie böse Gründe oder sowas. Also muss man jetzt auch dazu sagen. So ist der eine Grund. Der andere Grund ist eben der, dass man innerhalb des Konzerns dann plötzlich eine Markenvielfalt herstellen kann, die vielleicht eigentlich ja gar nicht so existent ist. Und wenn ihr jetzt mal guckt, nochmal vorgespult zu den Erwin Hümers zum Beispiel. Wo sind sie? Hier. Sorry. Dann wirst du feststellen, es gibt so Händler da draußen, die geben dir das Gefühl eben, ich habe es vorhin schon mal angesprochen, die geben dir das Gefühl, dass du eine Auswahl hast zwischen komplett unterschiedlichen Produkten. Also Hümer, Bürstner, Carado, Detlefs, Etrusco, Niesmann & Bischof, Sunlight. Ganz viele Marken auf dem Hof sehen alle ganz anders aus. Die Prospekte sehen alle anders aus. Und du stehst da und denkst, boah, so viel Auswahl, aber eigentlich kommt halt alles aus einem Konzern. Und das ist natürlich dann für den Betreiber des Konzerns eine tolle Sache, wenn du die Auswahl hast zwischen den unterschiedlichen Konzernmarken. Weil im Prinzip ist es dann ja egal, du bleibst dabei. Also wenn du innerhalb der Volkswagen-Gruppe wechselst von Skoda auf VW, auf Audi, dann bist du ja immer noch der Buddy und alle haben dich lieb im Volkswagen-Konzern. Schwierig wird das, wenn du zur BMW gehst. Oh, das wollen wir natürlich nicht. Also jahrelang Hümer gefahren und plötzlich in Adria einsteigen, das wollen wir nicht. So in der Regel oder ganz oft ist es aber so, dass du den Adria eben gar nicht bei dem Händler kriegst, bei dem die anderen Fahrzeuge stehen. Und deshalb finde ich es wichtig, das zu wissen, wie diese Zusammenhänge sind. Ich finde es wichtig, dass du als mündiger Kunde da hingehst und genau weißt, ja, das ist ja schön, dass das ein Etrusco ist, aber der Etrusco ist ja vielleicht auch nur ein günstigerer Hümer. Weil die Einkauf ist der gleiche. Die kaufen die gleichen Chassis, die gleichen Teile, die gleichen Schränke, da werden auch viele Elemente sicherlich weiter mitverwendet. Das heißt, wenn du durch das Auto gehst, wirst du, ich weiß jetzt nicht, ob das bei Etrusco so ist, aber wenn du durch ein Sunlight, durch ein Hümer, durch ein Etrusco, durch ein Carado gehst, wirst du unter Umständen viele Gleichteile finden, so wie es bei VW eben auch ist. Wenn du bei einem ID.4 unter die Haube schaust oder bei einem, wie heißt der, Q-E-Tron, für eine andere Preislage, dann werdet ihr feststellen, unter der Haube sind die Dinger gleich. Da sind ganz viele Gleichteile drin. Das ist hier eben auch so. Mir ist es jetzt einfach wichtig, dass ihr als mündiger Käufer da draußen rumläuft, als mündiger Kunde und das einfach im Hinterkopf habt, dass ihr das seht, dass ihr das wisst, wenn du bei Tabat bist, dass ihr Weinsberg, Knaus, Tabat, alles eins. Wenn du auf der Suche nach dem Kastenwagen bist und da stehen dann Pössl, Globecar, Roadcar und Clevervans auf dem Hof, ja, das ist alles eine Soße. Also da ist ein Management drüber und ja, also unterm Strich, ich hätte jetzt fast gesagt, verdient ja immer der gleiche dran. Das kann uns ja eigentlich egal sein. Wichtig ist halt, ich finde immer nur, es ist wichtig, so ein bisschen das Gefühl dafür zu kriegen, sind das jetzt wirklich unterschiedliche Marken, so wie du eben auch auf so einem Campus zwischen VW, Audi, Seat und Skoda hin und her läufst und eigentlich genau weißt, ja, das ist alles eine Soße, ist das aus meiner Sicht wichtig, dass man das bei Wohnmobilen auch weiß. Ne, das ist natürlich keine F***, sondern das ist, sage ich mal, schönstes Marketing in seiner Reinform. Ich sage mal so, in dem Moment, wenn du unterschiedliche Marken im Konzern hast, kannst du natürlich auch unterschiedliche Markengeschichten erzählen, kannst du unterschiedliche Marken Bilder zeichnen. Das heißt, du kannst halt hergehen, so ähnlich wie das eben bei den, ich sage es nochmal, Volkswagen und sowas auch ist, kannst du halt sagen, der Audi ist für den, der ein bisschen mehr Geld verdient, der es ein bisschen edler haben möchte, mehr Knöpfe, mehr Leder, mehr Schischi. Der Skoda ist für den, der will halt Simply Clever sein. Und da merkst du dann auch schon, da spielen dann auch schon hier Audi in der Vorsprung durch Technik, da müssen viele Knöpfe rein. Skoda Simply Clever, da wollen wir es einfach haben, aber trotzdem pfiffig, für die Familie und sowas. Volkswagen hat halt ein ganz anderes Markenbild als Audi, als Skoda, bei auch selbst Seat und Cupra. Cupra entspringt ja aus Seat heraus. Und bisher war es ja so, oder früher war es so, dass die Seat Sportmodelle, die hießen immer Cupra und jetzt hat man halt eine eigene Marke draus gemacht. Das heißt, du kannst mit Cupra ganz anders die Leute adressieren und kannst trotzdem noch sagen, okay, der eine kauft lieber ein Seat und der andere kauft ein Cupra, weil das eben die Sportvariante ist. Da hat dann halt 300 Pferdchen statt nur 120 oder so. Also ihr merkt schon, es geht ums Marketing und das ist eben bei Wohnmobilen auch so. Das heißt, wenn du heute hergehst und ich nehme jetzt wieder mal die Erwin Hümer Group, dann hast du natürlich die Chance, ein Etrusco anders zu vermarkten als ein Hümer. Der Hümer ist immer so ein bisschen, habe ich das beim MLT ja schon öfter gesagt, das ist halt außen immer so, yeah, rock'n'roll und innen dann ein bisschen Gelsenkirchen, aber rock'n'roll. Und das zieht sich so ein bisschen durch die Hümer Linie ja auch durch. Bei Etrusco zum Beispiel, auch eine Hümer Marke, da ist schick, da sind wir italienischer, italienischer Stil, italienisches Design, das sieht alles ein bisschen schickimicki aus, hochglanz, italienisch eben. So, und dann hast du halt Marken Carrado, Sunlight, da muss es halt ein bisschen günstiger werden. Da merkst du halt, da adressieren wir plötzlich die Familie. Und da kannst du halt im Rahmen der gesamten Marketingkommunikation kannst du diese Spielchen machen. Sunliving zum Beispiel adressiert im Marketing im Gegensatz zu Adria. Adria adressiert ja schon eher so ein bisschen auch hochwertiger, also nicht teuer, aber schon auch hochwertiger. Sunliving ist immer das günstige Modell und dann kannst du halt bei Sunliving zum Beispiel kannst du hergehen und sagen, so, bei uns gibt es nur, in die Tüte gesprochen, fünf verschiedene Modelle und die gibt es jeweils in drei verschiedenen Konfigurationen. Während es bei Adria erheblich mehr Modelle gibt, erheblich mehr Grundrisse gibt, erheblich mehr Konfigurationsmöglichkeiten gibt. Da kannst du dann in der Preisliste alles ankreuzen oder eben auch nicht. Ist bei der Erwin Hümer Group genauso. Wenn du einen Hümer kaufst, also hast du mal einen Hümer online konfiguriert, ja, viel Spaß, darfst du, musst aber erst ein Studium abschließen dafür. Also das ist nicht so einfach. Wenn du jetzt dann aber hier so einen, weiß ich nicht, einen Etrusco, kann ich gerade nicht sagen, habe ich nie ausprobiert, aber wenn du den Carado konfigurierst, ja, ne, drei Grundrisse, zack, bumm, das ist er. Willste? Gibt noch zwei Pakete, das war's. Und das macht eben einen riesen Unterschied. Das heißt, da ist dann auch eine ganz andere Kostenstruktur dahinter. Wenn du das siehst, wenn so ein Hersteller hergeht und sagt, ich habe hier ganz viele unterschiedliche Konfigurationsmöglichkeiten, die Produkte müssen vorgehalten werden, du musst eine andere Art der Fertigung machen, du musst eine Einzelfertigung machen. In jeder Fertigung kommt die Karte und dann steht da, was wollte der Kujat haben? Radio mit CD-Spieler, alles klar, kriegt er. Was für eine Batterie? Aha, zweimal 150. So, das wird dann da reingebaut. Das ist eben bei so einem wie einem Sun Living, der sagt, diese Woche machen wir Alkohol und dann fertigen die die ganze Woche die gleiche Karre. Die ist immer gleich, immer identisch. Das hat natürlich einen Einfluss auf die Kostenstruktur und da kannst du dann halt hinterher anders vermarkten, anders verkaufen. Das heißt nicht, dass das eine besser oder anders oder doch anders ist, aber nicht besser. Für mich war es jetzt einfach mal wichtig zu sagen, wer gehört hier eigentlich zu wem? Was hat das alles miteinander zu tun? Sind das Mafia-Methoden? Ganz ehrlich, nein sind es nicht. Das ist einfach nur reinstes und sauberstes Marketing und mehr ist es überhaupt nicht. Und Marketing, ganz ehrlich ihr Lieben, Marketing ist keine schlimme Sache. Marketing ist eigentlich was Gutes, wenn es gut gemacht ist, weil dann kannst du tatsächlich sagen, du hast das richtige Produkt für die richtige Zielgruppe. Dann funktioniert Marketing. Marketing heißt nicht, heißt auch übrigens nicht immer Werbung. Werbung und Marketing sind auch zwei völlig verschiedene Paar Schuhe übrigens nur so, aber wenn du als Hersteller eben die Möglichkeit hast, unterschiedliche Marken und dann Marke, Marketing, wenn du unterschiedliche Marken in deinem Portfolio als Hersteller hast, dann kannst du die eben jeweils anders positionieren. Und dann ist nämlich nicht mehr die Frage, welches Produkt ist das richtige für dich? Auf der einen Seite natürlich schon für dich, selbstverständlich, aber andersrum für den Hersteller ist erstmal die Frage, welche Marke bist denn du? Also was für ein Typ bist du und was ist für dich die richtige Marke? Und da spielt jetzt eigentlich der Verkäufer mit, denn aus meiner Sicht ist das jetzt die Aufgabe des Verkäufers. Auch in einem Laden, wo nur Erwin Hümer oder was auch immer für Produkte stehen, auch da ist es aus meiner Sicht erstmal Sache des Verkäufers zu erkennen, was bist denn du für ein Typ? Bist du Typ Carado oder bist du Typ Niesmann und Bischof? Und dann kann er dir das richtige Produkt verkaufen, weil der halt sieht, du bist ein Outdoor-Typ, du bist ein bisschen schickimicki, du möchtest was auch immer haben, Familie, 34 Kinder, was auch immer los ist und dann muss der für dich die richtige Marke quasi ziehen und wenn der dann feststellt, mit Carado sitze ich bei dem jetzt nicht so ganz richtig, vielleicht ist da doch ein Hümer was für den, dann kann er dir das ja auch zeigen und das macht einen guten Verkäufer aus und ganz ehrlich, ihr Lieben, das geht jetzt raus an die Händler da draußen. Ihr Lieben, baut wieder gute Verkäufer und bildet die Leute wieder aus und erklärt denen mal, wie Marketing funktioniert und wie diese ganzen Marken funktionieren und welche Marke eigentlich was kann. So, Ende des Schlussplädoyers für diesen Sonntag würde ich sagen, ich bin raus. Dankeschön für alles. Lasst mir ein Abo und ein Like da, wäre ganz, ganz wichtig bei der Gelegenheit. Ich stelle in letzter Zeit immer wieder fest, irgendwie ganz viele von euch gucken die Videos, aber abonnieren nicht und lassen auch kein Like da und so. Ein Abo wäre echt eine richtig gute Sache, weil diese Videos, die kosten Zeit und sind sehr, sehr aufwendig zu produzieren und euch macht es ja offensichtlich Spaß, sonst hättet ihr bisher ja gar nicht geguckt. Lasst mir also bitte ein Abo hier und ich sage an dieser Stelle jetzt nochmal Dankeschön und bis zur nächsten Woche. Ich bin raus. Der Marc. Tschüss. Tschüss. Marc kommt übrigens nicht von Marketing, obwohl ich habe ja jahrelang im Marketing gearbeitet. Ne?